Hallo Freunde, Michael Krasenkov schüttet in dieser Partie das wahre Füllhorn an strategischen und taktischen Möglichkeiten, was das Schach so zu bieten hat, über uns aus. Eine fantastische Partie und viele der strategischen Ansätze, die kennen wir sogar, denn die haben wir auch selber schon mal in anderen Videos separiert betrachtet. Und mal schauen, ob ihr die auch wiedererkennt in der Partie. Also, lass uns loslegen. Michael Krasenkov hat die weißen Steine und spielt gegen Adam Schiebert beim Isle of Man 2007. Und wir schauen uns mal die Öffnung an. Das ist ein Englisch, okay, oder kann natürlich auch noch verschiedene Übergänge ergeben, je nachdem, wie sich jetzt weiß und schwarz aufbaut. Zum Beispiel kann Schwarz hier mit E6 und D5 in Damengambit ähnliche Strukturen übergehen. Es könnten hier aber auch mit G3 und B6 Spiegelstrukturen ergeben. Also noch ist die Öffnung nicht definiert. Erst nach D4. Dann wird festgelegt, dass hier eben dieses D4 und da sind wir im Englischen. Aber gut, das ist auch nur Schall und Rauch. B6 Spiegelstrukturen ist das Zentrum. Der wird weggetauscht. Alles völlig normal. Und grundsätzlich möchte B6 ein bisschen mehr Raum beanspruchen, ja, vielleicht mal E2, E4 durchdrücken. Aber gar nicht so einfach. Schwarz spielt E7, E6 und ja, plant mit Läufer B4 Geschichten hier eine Fesslung aufzubauen. Und jetzt ist G2, G3 so der absolute Hauptzug in dieser Variante. Aber Krasenkov möchte eben dieses Läufer B4 mal verhindern und dann spielt er A2, A3. Kostet ein bisschen Zeit, ja, und ist auch von der Bauernstruktur natürlich etwas riskanter. Ja, wenn zum Beispiel dieser A-Bauer hier auf A4 irgendwie hinkäme, gedeckt wäre, würde er mit einem seiner Bauern zwei vom Damenflügel des Gegners hier wegen dem Ancpassant festlegen und fixieren. Da muss Weiß immer so ein bisschen aufpassen zumindest. Und Weiß hat natürlich auch keine Figur entwickelt. Okay, das macht Schwarz hier mit Läufer E7 und jetzt G2, G3. Und jetzt haben wir schon einen sehr, sehr kritischen Moment, was erstmal die Öffnungsphase angeht. Denn Schwarz hochiert und das sieht auf den ersten Blick sehr, sehr natürlich aus. Erstmal hochieren und dann gucken, wie es weitergeht. In dieser konkreten Variante, schauen wir uns mal eine Variante an, sollte Schwarz unbedingt ganz früh Dame B6 spielen, um eben diesen Springer von D4 anzugreifen und zu vertreiben. Er muss jetzt zum Beispiel wegziehen nach F3 und dann kann man sich ganz normal weiterentwickeln und Schwarz kriegt dieses D7, D5, naja, relativ solide durchgedrückt, mit Ausgleich natürlich. Das ist nur eine Möglichkeit. Hier sehen wir, dass nach Dame B6 der Springer eben wegziehen muss. Hier kann ich den eben nicht decken mit Läufer E3, weil Springer G4 kommt. Ich greife diesen Läufer an, der droht auch noch mit Tempo zu schlagen und das will natürlich Weiß überhaupt nicht. Diesen Läufer abgeben, schwarzfällige Kontrolle abgeben, Bauernstruktur im Eimer, vielleicht sogar B2 irgendwann mal. Das geht überhaupt gar nicht. Und deswegen sollte Schwarz hier unbedingt Dame B6 gespielt haben. So, und er hat es nicht gemacht, hat die Rochale gemacht und jetzt kommt Läufer G2 und jetzt kommt nämlich schon dieser kleine, aber feine Unterschied. In der Partie kam Springer E5. Jetzt ist Dame B6 ja auf den ersten Blick sieht es ja komplett egal aus, ja, und gleich aus und warum soll er jetzt schlechter sein? Wenn der Springer wegzieht, ist alles in Ordnung für Schwarz. Aber hier hat Weiß jetzt eben die Zusatzmöglichkeit, Läufer E3 wirklich zu spielen. Warum scheitert hier Springer G4? Weil Weiß auf C6 zwischennimmt. Erstens, der Läufer deckt den Springer, ja, der andere Läufer greift die Dame auf B6 an. Und wenn ich jetzt hier auf E3 zwischenschlage, so wie ja eben auch gedacht, dann kommt der große Unterschied, nämlich dass dieser Läufer auf E7 jetzt ungedeckt ist, weil der König ihn nicht mehr deckt. Und zu allem Überfluss ist das jetzt auch noch mit Schach, sodass der König ziehen muss. Und ja, dann habe ich am Ende des Tages zwei Figuren, ne, das ist ein bisschen viel und deswegen geht das natürlich nicht für Schwarz. Gucken wir uns in unserer Partie. Schwarz versucht Springer E5 einen gewissen Druck hier auf diesen C4 zu machen. Okay, und der wird gedeckt mit B2, B3. Das ist auch ein guter Zug, erstmal grundsätzlich die Figuren entwickeln zu können. Ja, dieses A5, A4, das wir angesprochen haben, wird schon rausgenommen. Und jetzt müssen wir im Grunde eine, ja, langfristige Frage klären. Nämlich, kann Schwarz D7 D5 spielen? Ja, nein, vielleicht. Und technisch gesehen kann er das machen. Also er hat hier A7, A6 gespielt in der Partie. Wir schauen uns mal eben an. Er kann hier natürlich D5 spielen, aber der Preis ist, ja, der Preis ist zumindest der Isolani. Und der Isolani ist schon sehr gut blockiert von unserem Springer. Ja, der Läufer steht natürlich hier wunderbar. So wahnsinnig viel Einfluss hat, oder kann Schwarz hier nicht mehr auf das Feld D4, ja, den Druck nicht mehr erhöhen, ja. Und das Feld freiboxen in irgendeiner Form. Dieser Bauer wird da langfristig stehen bleiben und doch eher eine Schwäche als eine sonst wie werden. Und von daher ist diese Stellung leichter Vorteil für Weiß. Noch nichts Entscheidendes, ja, aber es ist natürlich immer sehr angenehm, wenn man nach 10 Zügen schon einen langfristigen, dauerhaften, angenehmen Stellung erreicht. Und deswegen ist dieses D7, D5, äh, schwierig, schwierig, ne. Und Schwarz verzichtet auch drauf, indem er mit A7, A6 spielt. Und natürlich, wir entwickeln uns weiter, das macht Schwarz auch. Der Arme ist D7, Läufer B2, D7, D6. Ja, wenn ich halt nicht D5 spiele, dann muss ich halt mit D6 spielen, ne. Und jetzt nach E4 ist dieser Vorstoß mit D5 natürlich sowieso ad acta gelegt. Alles klar, wir haben jetzt mehr oder weniger, so ganz grob, die Eröffnung abgeschlossen. Beide Seiten haben ihre Figuren entwickelt. Schwarz macht das hier noch mit Läufer D7. Und jetzt beginnt so die Mittelspielpläne. Und ganz kurz nur hier eben nochmal eingeschoben. Normalerweise würde Schwarz unfassbar gerne mit B7, B6 und dem Läufer auf diese Diagonale, diesem Läufer auf G2 entgegenstellen. So Igel-mäßig. Aber das hat natürlich hier schon den Nachteil, dass F2, F4 kommt. Der Springer muss wegziehen von E5 und der Bauer von E4 geht einfach vor. Greift den Springer auf F6 an und den Turm auf A8 mit dem Läufer. Und da geht Material verloren. Und deswegen kann Schwarz diesen Läufer nicht mehr vierankettieren. Okay. Und jetzt müssen wir uns ja anfangen, zuerst in Pläne auszudenken. Und Michael Krasenkov hat hier, ja, natürlich noch alles im Griff. Und für ihn wird es auch noch Theorie gewesen sein. Der nächste Zug aber fand ich erstmal einfach, aber auch schön. Nämlich, er spielt Turm C1. Damit stehen sich Turm und Dame grundsätzlich gegenüber. Und das ermöglicht ein strategisches Momentum oder eine Idee. Nämlich den Colossal Knight. Ich hoffe, ihr habt von diesem Motiv gehört. Wenn nicht, schaut mal in dieses Video. Das ist immer mit diesem Springer von C3 nach D5. Obwohl, obwohl das Feld natürlich kontrolliert ist, kann der Springer da manchmal trotzdem reinhüpfen. Ja, und vielleicht mal die C-Linie öffnen. Das Feld R5 und ganz viele verschiedene Motive gibt es da. Aber das ermöglicht das, dieser Turm C1 Zug schon mal. Okay, damit sind wir auch schon mal, schon mal mit dem Colossal Knight schon mal, den müssen wir im Auge haben. Turm AC8, öppselt, äh, Turm AD8 kam, Entschuldigung, ähm, Turm AC8 wäre etwas genauer gewesen. Aber gut, das sind die Feinheiten, die weiß man immer später. Jetzt kommt der nächste Zug, das ist König H1. Das ist ein prophylaktischer Zug, der gefällt mir auch grundsätzlich sehr gut. Und der schickt so eine kleine Postkarte, dass, äh, das weiß vielleicht hier in irgendeiner Form am Königsflügel spielen will, aber nicht, nicht in dieser Diagonale drinstehen will. Also, dass dieser Springer hier nicht gefesselt wird. Und dafür ist König H1 immer so ein Zeichen und ein Indiz. War da gespielt. Prompt kam Dame B6. Okay, guckt so ein bisschen hier auf diese beiden Punkte. Jetzt kommt der nächste strategische Moment, Freunde. Und, äh, bin mal gespannt, ob euch, man kann natürlich hier alles Mögliche spielen, ja, von, von H3 und Turm E1 und, ja, so 0815 Standardzüge. Aber Michael Krasenkow packt die Second Option aus. Auch die habe ich schon mal gezeigt. Ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich. Was bedeutet das? Second Option ist natürlich nur eine wörtliche Umschreibung für, für Second, zweite, ne? Die zweite Reihe. Und Krasenkow spielt hier Turm C2 mit der Idee Turm D2. Und damit den Druck hier auf dieser D-Linie schon mal massiv zu erhöhen. Und der gefällt mir als Stratege wunderbar. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie die Dame vorziehe und die Türme dahinter stellen würde, in irgendwelchen auch immer und wohin auch immer, steht ja immer die Dame vorne. Und dann kann ich unglaublich schwierig irgendwie Druck auf diesen D6 oder irgendwas machen. Aber mit dem Turm davor, ja, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Okay. Und nach Springer C6 kann ich eben mit Turm D2 auch den D4 decken, muss den nicht aus dem Zentrum zurückziehen. Das heißt, ich kann ihn schön aktiv im Zentrum stehen lassen. Schwarz versucht Springer A5. Er versucht, ja, ihr seht, die Folgen des A2, A3 Zuges, dass dieser B3 oder allgemein diese Bauernstruktur so ein bisschen weich ist. Er versucht anzugreifen und Druck zu machen, wo es nur geht. Aber der Punkt ist erstmal noch ausreichend gedeckt. Und jetzt kommt, ja, krass Henkow mit einem Hammer. Und den dürft ihr gerne mal suchen. Mal gucken, ob den einer von euch finden würde. 3, 2, 1. Ihr haltet natürlich das Video an im Zweifelsfall. Wir haben hier so viele Ideen, so 0815 Züge wie F4 oder Turm E1, H3 immer noch. Ja, aber so, ja, geht vielleicht auch. Aber der Zug, den Michael hier spielt, der hat eine ganz, ganz konkrete Idee. Und die muss man so ein bisschen mit taktischen Varianten begründen. Der Zug, Achtung, ist G4. Wow. Was ist die Idee? G5 zu spielen, diesen Springer hier aus seiner Position zu vertreiben und damit natürlich den Einfluss aufs Zentrum indirekt zu erhöhen. Jetzt fragen sich natürlich viele Spieler, ah, G4, ist das nicht ein bisschen riskant hier, die Bauern vor dem eigenen König loszuschicken? Und das ist immer das, was man nicht pauschal beantworten kann. Im Regelfall rate ich ja immer dazu, lass die Bauern stehen. Aber hier sind natürlich auch keine schwarzen Figuren, auch nur ansatzweise in der Nähe des weißen Königs. Und wenn ich hier mit G4, G5 diesen Springer vertreiben kann, kann ich dann nachher immer noch mit F4 und dann kann ich vielleicht sogar die Dame mal hier Richtung H5 und dann vielleicht kann ich sogar Richtung Königsangriff gucken. Und das muss man natürlich genau abschätzen, ob das alles möglich ist. Und vor allem muss man auch viele Varianten berechnen. Und da kommen wir jetzt zu. In der Partie folgt der Läufer C6. Der ist eher harmlos, denn der E4 ist ja nochmal angegriffen. Klar, da macht sich das Feld D7 hier für den Springer frei. Ja, aber wir gucken mal, ob es nicht irgendwelche spannenderen, komplizierteren Sachen gegeben hätte. Die erste ist natürlich, was passiert, wenn schwarz E6 E5 spielt. Denn jetzt ist dieser Läufer hier auf G4, dieser Bauer ist angegriffen. Der Springer hängt. Und jetzt muss weiß quasi bei G4 schon berechnet haben, dass man hier mit G4, G5 weiterspielen muss. Und jetzt fragt man sich, ach du Hermine, was ist hier los? Kann der hier nicht schlagen, dann schlage ich da. Und dann schlägt der hier und ich schlag da und ich schlag da. Und eieiei, jetzt müssen wir erstmal zählen, was los ist. Ich habe den ganzen Turm weniger, aber den Turm bekomme ich natürlich auch zurück. Ich kann also erstmal diesen Bauern entfernen. Ja, und wenn zum DE8 kommt, kann ich natürlich problemlos diesen Turm zurückgewinnen. Und dann ist aber 6 gegen 6 Bauern. Wir haben viel getauscht. Ja, der B3 wäre dann schwach. Und dann, wer weiß, ob das so ausreicht. Aber Krasenkov sagt, ich habe hier noch einen viel besseren Zug. Und den hat er, glaube ich, laut Anmerkungen, den hat er auch bei seinen Vorausberechnungen gesehen. Ja, von daher Respekt. Nämlich, dass man hier noch ein Läufer schlecht g7 spielt. Mit der Idee, dass die Dame hier reinkommt. Und, aber was passiert, wenn Schwarz sagt, ja komm, ich schlage einfach diesen Bauern. Dann schlag du doch hier den Turm auf f8. Dann schlage ich den zurück und dann habe ich eine Figur mehr mit Schwarz. Das ist richtig. Aber, und jetzt, das, ich hoffe, wir können es erahnen. Ja, wenn hier irgendwas auf e7 steht und der König ist offen. Und wir wissen ja immer, die siebte Reihe, wenn wir die blockieren können, dass die schwarzen Figuren da über die siebte Reihe nicht verteidigen können. Spätestens jetzt denken wir hoffentlich alle an Pia Kramlings Killerzug. Läufer f6 und dann ist Dame g5 nicht mehr zu vermeiden, respektive Dame h6. Und dann geht es mal, das war ja natürlich schon mal, schon mal ein starkes, starkes Brot hier von, von Kresenkov, das alles berechnet zu haben. Ähm, wir gucken noch mal eine zweite Möglichkeit, wenn Schwarz nämlich jetzt hier h7, h5 gespielt hätte. Auch das ist ein Zug, der auf den ersten Blick komisch aussieht. Ja, Schwarz öffnet hier den eigenen König. Aber es ist natürlich auch immer die Frage hier mit diesem, mit diesem Feld. Und die Idee ist, äh, wenn Weiß hier schlägt, dann e6, e5 zu spielen. Und jetzt ist hier dieses g4, g5 eben nicht mehr möglich, ne? Und, aber hier spielt Schwarz, äh, Weiß h6 und rennt sofort gegen den, gegen den schwarzen König, gegen die Bauernstruktur. Es droht, es droht schon, äh, Springer f5, es droht vor allem diese, diese Öffnung hier, ja? Das ist einfach langfristig, der König offen ist. Und, äh, nur eben als Beispiel, wenn, wenn jetzt hier der geschlagen würde und ich schlage hier, und schläge es hier zurück. Dieser Läufer b2 hat natürlich hier eine gewisse Wirkung. Und, äh, wenn, wenn der Läufer diesen Bauern schlägt, Tempo auf die Dame, der Springer ist dann gefesselt. Das heißt, dann kann ich schon wieder Dame g4 kommen, ja? Ja, der e7 hängt ja auch noch nebenbei so ein bisschen. Eie, der Witzker, ne? Und dann ist der König einfach offen wie ein Scheunentor und, äh, ich bin mir ziemlich sicher, das überlebt in der Praxis, äh, die wenigsten, ne? Und, äh, deswegen spielt Schwarz hier nach h6 erstmal g6, okay? Und, weiß spielt Turm d3, mit der Idee hier rüber zu schwenken in irgendeiner Form. Und diesen Springer zu opfern. Wieder Springer d5 zu spielen, das gleiche Motiv. Der Läufer hängt, die Dame hängt, der Springer hängt. Er muss geschlagen werden. Jetzt Zwischenzug auf d4, auch noch relativ leicht zu berechnen. D3 deckt auch noch den b3. Muss die Dame wegziehen. Und jetzt, ganz wichtig, noch diese kleinen, aber feinen Feinheiten, ja? H7, einfach, dass der König nicht nach h7 kommt und die H-Linie blockieren kann. Deswegen opfern wir den einfach. Und dann haben wir im Zweifelsfalle hier, schaut mal diesen Läufer, ja? Ähm, wenn der Turm hier rüber schwenken kann, diese Mat-Bilder kennen wir nicht zuletzt auch schon von, von Piers Partie. Und nach c mal d drohen wir zum Beispiel mit f4, f5 diese Diagonale zu schließen, ja? Ja, und damit der Turm schwenken kann. Oder wir könnten aber auch Läufer h3 spielen, um diesen einfach zu tauschen, um den da rüber zu kommen. Und Läufer h5 ist natürlich nochmal ein besonders schöner Zug. Man will ihn nicht selber tauschen, weil die Dame dann hier das Feld wieder gedeckt hätte. Ja, und so ist eben, ja, gegen Turm h3 nicht mehr viel zu machen. Und Turm h3, die Dame kommt hier rüber, der andere Turm noch dabei. Ja, dieser Läufer ist natürlich hier ein Mörderläufer, quasi. Wow. So, all das sind Stellungen, die man berechnet und zumindest grob eingeschätzt haben muss als Weißspieler. Und wenn man sagt, jo, das reicht, und in dem, das reicht auch, ja, Weiß steht hier klar auf Gewinn, dann kann man so einen Zug wie G4 natürlich auch machen. Wenn man das alles gesehen hat, aber dann ist man natürlich auch Großmeister. Ähm, wieder, Schwarz spielt hier Läufer c6. Okay, dann sind die kritischen Varianten jetzt erstmal raus. G5 kommt, der Springer muss zurück. Und die Dame kommt nach vorne. Okay, sieht das schon mal gut aus, ja. Jetzt im nächsten vielleicht noch f4. Oder mit dem Turm hier schwenken, ist auch eine sehr schöne Option. Wir können mal ganz kurz zusammenhalten oder zusammenfassen. Im Zentrum hat Schwarz kein Gegenspiel. Und jetzt hat er hier am Königsflügel auch noch wenig Raum und keine Figuren mehr am König. Das heißt, Weiß beherrscht mal mindestens, ich fange mal hier an, aber im Grunde, im Grunde Zentrum und Königsflügel komplett. Alle Figuren gucken da hin, ne. Und das einzige schwarze Gegenspiel wäre ja überhaupt hier am Damenflügel, dass das Ganze überhaupt irgendwie einen Sinn gemacht hätte. Wenn Schwarz jetzt hier auf B3 nimmt und versucht da irgendwie ein Gegenspiel zu kreieren. Aber auch das hat Krasenkov gesehen und packt hier den nächsten Hammer aus. Und wenn man das so sieht, dann denkt man immer, boah, schön. Und ist auch einfach, ja. Aber selber, man würde in der Partie ja nicht mal auf die Idee kommen, diesen Zug zu machen. Geschweige denn, den Kandidatenzug auch noch mal weiter als zwei Züge zu rechnen. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen den Supergroßmeistern und uns. Ja, wir sind noch zu sehr materialistisch eingestellt. Ist bei mir ja auch nicht anders, ist ja nun mal so. Und zwar spielt Weiß hier Turm D3 und er sagt, ich gehe auf Angriff. Wuppdiwupp, Turm da rüber. Und was wir uns natürlich hier fragen müssen, hier hängt doch ein Springer auf D4. Und da gucken wir uns natürlich jetzt mal schöne Beispiele zu an. Also erstmal, in der Partie kam am Ende schon jetzt Dame schlägt D4. Schwarz versucht mit einem Damenopfer den Weißen zu besänftigen. Wir gucken uns mal Varianten an. Was passiert bei Springer D4? Okay, jetzt hängt, jetzt hängt auch noch der B2 hier. Ach du Hermine. Aber das erste Motiv, und das wird noch relativ einfach sein, in Anführungsstrichen, ist hier Springer D5. Wieder diesen Kolossal Knight. Denn dieser Läufer soll jetzt hier auch wirken. Dieser Springer droht auf E7. Und die einen oder anderen für euch erahnen es bereits. Wenn hier so ein Springer auf E7 auftaucht, dann gibt es ein berühmtes Mattbild, das Anastasias Matt. Und jetzt nur als Beispiel mal zum Demonstrieren, was passiert, wenn Schwarz diesen Läufer Schlügel. Dann käme Springer E7, König H8 und jetzt das berühmte Anastasias Matt. Dame schlägt H7 und Turm H3. Und dieser Springer deckt hier alles ab. So eine Art Grundreihen hat auf der H-Linie. Okay, also Dame B2 geht nicht. Was ist mit E mal D? Dann kommt hier erstmal das Zwischentempo, dass wir die Dame angreifen. Jetzt Turm H3 und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier schon 1, 2, 3 Angreifer. Wahrscheinlich kriegen wir hier gleich auf D5 noch ein Tempo. Vielleicht sogar mit E mal D und den Läufer. Vielleicht sogar hierhin ist eine Option. Oder den Turm über die G-Linie oder den Turm hier auch noch überführen. Wir haben ja noch viele Möglichkeiten. Und Schwarz hat Schwierigkeiten, Verteidiger zu koordinieren wegen diesem Bauern hier. Und jetzt droht erstmal das Matt hier auf H7. Also muss H6 kommen. Ja, und jetzt kommt ein sehr, sehr typisches und sehr einfaches Manöver. Naja, hier gewinnt natürlich schon vieles, ja. So ist es nicht. Aber das Schönste und offensichtlich ist natürlich dieses Zerstörungsopfer auf G7. Wenn Schwarz den annimmt, dass wir dann den H-Bauern quasi schlagen können und dem nächsten Matt setzen können. Wir können natürlich auch hier auf H6 versuchen zu schlagen und sagen, hier zieh doch G6, zieh doch G6. Dann geht die G-Linie und die H-Linie nicht auf. Aber dann kommt H7, das ist ein schönes Mattbild, ne? Auch wieder wegen diesem Läufer. Naja, also wir können natürlich im Grunde schon vieles spielen, aber Läufer G7 ist glaube ich der einfachste. Und auf Läufer G5 schlagen wir Läufer H6. Und dann ist der ganze König komplett offen. Wir haben noch nicht mal was riskiert. Also eine Figur, ja. Aber so einen offenen König und so viele eigenen Figuren, das wissen wir ja mittlerweile. Das Verhältnis von Angreifer zu Verteidiger. Und ja, es droht Läufer G5 und auf der H-Linie und es droht alles Mögliche. Und das überlebt der Schwarze hier nicht. Das macht den wenigen. Puh, das sind natürlich Varianten, ja. Die alle berechnen zu können, also die zu sehen ist schon mal Respekt. Und die dann auch noch alle durchzurechnen, kostet natürlich auch viel Zeit. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht ins Zeitnot kommt und dann in Zeitnot alles wegstellt. Aber andererseits, der Schwarze muss ja auch viel rechnen. Und hat vielleicht auch Zeit und Gespenster und so weiter. Und dann ist Angreifen natürlich immer noch schöner als Verteidigen. So, in der Partie haben wir gesehen, ähm, kommt jetzt Dame, schlägt D4, um in der Hoffnung, ihn zu besänftigen. Weiß nimmt die Dame. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir, ja, drei Figuren gegen drei Figuren. Im Grunde haben wir nur einen Turm gegen die Dame. Das ist ein bisschen wenig. Die Struktur ist zwar kaputt vielleicht, ja. Aber im Grunde hat Weiß hier schon einen, einen entscheidenden materiellen Vorteil. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, äh, Krasenkov hier, äh, diese Variante nicht ungern gesehen hat. Ja, nicht, dass in irgendwelchen Varianten noch Löcher drin sind. Ja, hier, glaube ich, ist, ist einfach jetzt eine sehr, sehr schöne Gewinnstellung. Und wir schauen mal, wie, wie Krasenkov die, die umsetzt und verwandelt. Denn das ist ja auch immer so eine Thematik, dass wir Gewinnstellungen erst mal verwerten müssen. Und, ja, dieser, dieser Springer auf D4, der nervt natürlich schon so ein bisschen. Also hauen wir wieder Springer D5 rein, mit der Idee hier auf E7 im Tempo. Und den D4 zu demaskieren. Oder den B2 vielmehr. Und auf das Schlagen, schlagen wir hier erst mal zurück. Und jetzt greifen wir zwei Figuren gleichzeitig an. Wenn der Springer wegzieht, Zöge, äh, können wir ja auch potenziell hier auf C6 schon schlagen. Der Läufer ist ja auch noch mit dabei. Wir drohen aber auch einfach den hier. Im Grunde kann man sich's hier aussuchen. Ähm, Schwarz versucht Springer E6, um Richtung F4 zu gucken. Und jetzt hat, äh, Krasenkov, ja, ist, ist ein Zug, ja, der die Sache vereinfacht, aber der auch nicht einfach zu finden ist. Ja, und deswegen sind diese Leute wirklich die, die Großmeister und, ja, wir nicht. Er spielt nämlich hier F2F hier. Und, äh, damit deckt der Turm hier das Feld, ja. Der Turm selber könnte hier schwenkenderweise eingreifen. Man könnte auch potenziell, also hier hängt ja sowieso immer noch eine Figur, die muss man ja nicht so fortschlagen, die rennt ja nicht weg. Ja, aber erst mal wieder Gegenspiel verhindert. Und, ja, da die Figur sowieso weg ist, opfert Schwarz hier diesen, diesen Springer und rettet dann den Läufer. Okay. Aber, und wir sehen, wir haben hier zwei Läufer, den Turm und die Dame Richtung König. Natürlich immer noch ein Angriff, ja, plus mehr Material, plus mehr Spaß. F5, dann schlagen wir auch ein paar Songs, Springer F6, Läufer F6, drum F6. Ja, und wir sehen einfach, ähm, wir haben hier diesen Druck auf diesen, auf diesen H7, ja, und den muss Schwarz ja irgendwie abwehren, wenn er hier mit, wir machen eine kleine Variante, wenn hier mit G6 käme, äh, äh, ist ja hier schon, äh, 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 Turm H4-Geschichten schon drin, ja. Hier in dem Fall würden wir natürlich sofort, äh, dieses Mat setzen, ja, dieses berühmte Läufer Turm, äh, Mat-Motiv. Und, äh, deswegen geht G6 nicht, also muss er F5 spielen, nach der Morgenpassung ist aber wieder der H7 angegriffen, ne, und nach Springer F6 wird der Verteidiger wieder entfernt und dann können wir am Ende des Tages auf H7 schlagen. Und, äh, ups, oh, Moment, jetzt bin ich in der, ich muss noch einmal zurückgehen, so, Entschuldigung, also es kam F7, F5, um H7 zu decken, on pass on, greift H7 wieder an, deckt H7, entfernt den Verteidiger und schlägt auf H7, so. Und dann kam am Ende noch Läufer G6 sogar noch, ja, das ist einfach Turm, äh, und Läufer hier so im Weg stehen, dem König an Fluchtmöglichkeiten hindern, der Läufer tut sein Übriges, Dame H8 droht einfach. Und, äh, ja, hier hat Schwarz dann aufgegeben. Puh, was für eine tolle Partie, mit vielen strategischen, aber auch taktischen Motiven, ja, zumindest die strategischen Motive, die kamen mir doch sehr bekannt vor und, äh, ich hoffe euch auch. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Reinschauen und bis zum nächsten Mal.